Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem erneuten Live Commentary auf meinem Kanal. Ja ihr Lieben, heute hoffe ich mal, dass das Live Commentary jetzt endlich was wird, weil ich so krass inkompetent war. Also guck mal Leute, es ist immer so, wenn ich auf... also ich nehme eigentlich viele meiner Runden auf. Aber wenn ich denn so viele Gegner bekomme, hier 75 Sternen, 75 Sternen und hier, die waren auch nicht so schlecht, ja. Klar, ich war mit 17 zu 6 gegen den Gegner nicht schlecht, aber bei sowas kann ich nicht gut aufnehmen. Und da ist es mir doch lieber, wenn ich so eine Lobby finde wie hier. So, ok, ok, ich habe jetzt ein paar Sachen, über die ich mit euch reden möchte. Also meine erste Frage an euch ist, also wie ihr sehen könnt, bin ich vom letzten Prestige, 75, ne, bin ich das höchste Level vom ersten Prestige. So, meine Frage an euch, was soll ich eurer Meinung nach leveln? Also ich könnte jetzt das Prestige leveln. Ich könnte jetzt halt ins nächste Prestige gehen, dann wäre ich aber wieder Level 1. Und ja, da würde ich gerne eure Empfehlung dazu wissen, ob ihr das machen würdet. So, der eine oder andere wird sich vielleicht jetzt darüber aufregen. Man, finally, wo ist denn das Abonnent-Special? Ja, ihr Lieben, das Abonnent-Special muss ich halt in einem Commentary machen. Und bis ich eine halbwegs gute Runde mal erspielt habe, kann das echt sich noch ein bisschen hinziehen. Deswegen möchte ich euch wirklich bitten, ein wenig Geduld da zu bewahren. Okay, das war ein bisschen Fail. Übrigens ist mein Fernseher viel zu laut. Deswegen nehme ich mir ganz kurz das Einsatzschild. Fahr kurz nach hier vorne. So, auf 4. So, ok, ok, jetzt kann es abgehen. Schade, dass wir die Mac, die Hammer nicht bekommen haben. Aber egal, wir schaffen das auch ohne der. Hoffentlich. Ja, ja, ruhig braun. Hä? Ich werde schon lange sterben müssen. Junge, was geht mit dir? Ja, Leute. So viel gibt es jetzt von mir halt nicht zu berichten. Ich zog heute wieder eine Runde in 3 live. Und ja, jetzt nochmal zu dem allseits bekannten Thema. Wann kommt Apple jetzt? Ja, Leute, ich mache Apple jetzt so früh wie ich kann. Aber im Moment ist halt Uncharted noch ein bisschen im Vordergrund. Aber Happy Reads kommt, versprochen. Demnächst. Ähm, so viel dazu. Also, jetzt nicht gleich hier abgehen, weil das Abonnent bestimmt noch nicht da ist. Das kommt noch. Demnächst. Gleich. Also bald. Je nachdem, wie schnell ich halt eine sehr gute Runde ausspiele, ne? So, jetzt wäre es nochmal ganz nett, wenn wir hier irgendeinen töten würden. Mann, ey, rennt doch nicht alle weg. So. Ich habe jetzt auch ein bisschen U3, U2 gespielt. Aber ich war leider ein bisschen zu doof. Ich weiß nicht, wie er von hinten war. Und mit Quickbeam. Und denn in meine Granate gerannt. Ich bin so stolz auf dich. Komm mal, wir nutzen 14 Hammer. Ja, auch so. Okidoki. Übrig, mir ist gerade aufgefallen, wir spielen wieder auf Vergnügen. Die Map mag ich irgendwie. Also bis jetzt waren schon ziemlich viele Live-Commentaries. Na, vielleicht zwei. Aber von neun Stückern, die ich jetzt habe. Zwei live. Äh, zwei auf dieser Map. Das ist übrigens gerade ziemlich geil. Zwei auf der Map. Das ist natürlich cool, ne? Jetzt muss ich hier ein bisschen Acht geben. Das wird nämlich nicht so schnell entdecken. Aber so, hier bin ich jetzt einigermaßen sicher. Aber das war schlecht getroffen. So, ein Furihamper. Das ist natürlich schön. So was sollte halt auch mindestens drin sein. Also ein Furihamper sollte ich eigentlich schon erspielen. Schaffen zu erspielen. Alles andere wäre schon ganz schön schlecht. Denklauen wir den nochmal ganz kurz. Denk hier mit zwei Schuss, weil der ein bisschen fortgeschritten schon ist. Ähm, war da ein Gegner? Ne. Okidoki. Ja, Leute. Ähm, ja. Ich bin jetzt halt, das ist nochmal ein spontanes Video. Ich glaube, das wird das letzte vor dem Abonnenten-Special sein. Einfach ein Sprayer-Kill. Da rennt mir einer hinterher. Da haben wir mal eine Granate. So, funzt das. Da haben wir auch schon Rage bekommen. Wäre natürlich jetzt ein Rampant. Wäre natürlich geil. Dann würde ich bestimmt ein bisschen schreien vor Freude. Da haben wir nochmal einen Hämmer. Das ist natürlich dann, ja, sehr fördernd für das Rampant. Und das ist wirklich immer krass, ey. Wie, was für ein Herzschlag ich den immer habe, ey. Nein! Oh! Der Arsch, ne? Oh! Alter! Oh! Oh Gott, komm, jetzt nicht schon wieder ein Rampant-Fail. Oh, komm, noch ein Kill oder so. Oh Gott, der hat dann noch abgelupst. Ich glaube, wir haben jetzt 19 Kills, oder? Oh Gott. Und da ist der Fortgeschrittene. Und ich kriege das Schild nicht. Oh Gott, und wir sind Exposed. Und ich sterbe fast. Oh Gott. Kommt schon, ein Noob noch, bitte. Kommt schon. Und da ist er. Hä? War Rampant. Rampant, Mama! Ein Live Rampant. Juhu! Da freue ich mich jetzt aber richtig geil. Ja, du auch noch, du Sau. Bäm! Wer ist der Boss? Tralala, tralalu. Ich habe ein Live Rampant. Das wollte ich unbedingt mal spielen. Und jetzt habe ich es. Uiuiui, ey. Dat ist natürlich geil, wa? So, Pit. Also hier, Grüße an Pit Gaming. Guck mal, Pit. Jetzt habe ich doch noch das Rampant geschafft, was ich mal haben wollte. Wie fahren wir jetzt? 23.1. Uiuiui. Das ist natürlich mal so richtig geil, Leute. Freue ich mich eigentlich auch ziemlich. Da muss ich bloß aufpassen, dass ich jetzt nicht nochmal sterbe. Ein bisschen doof. Jetzt nochmal so zu sterben. Oh Gott. Ich lebe noch. Nein, bitte nicht. Komm schon. Nein, bitte nicht. Hilft mir doch mal einer. Ey, seid ihr denn alle blöde im Kopf? Naja. Egal. Wir haben ein Live Rampant erspielt. Ich freue mich gerade wie an Weihnachten. Oh Mann, ey. Ich bin so stolz auf mich. Hihihi. Und das bei so einem scheiß Wetter, ja. Wir haben hier übelst Unwetter und so. Und trotzdem so ein Live Rampant ist natürlich schon... Jetzt kenne ich noch genau. Egal. Ich bin jetzt sowieso gerade ein bisschen scheiße fröhlich. Und dann, liebe Leute. Bedanke ich mich fürs Einschalten. Ein Live Rampant ist, glaube ich, verdammt nochmal scheiße anselig. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Uncharted 3 Live Commentary. Und bis dann. Ich bin weg. Haut rein. Macht euch ein schönes Wochenende dies und das, falls wir uns nicht mehr sehen. Und ja. Ciao, Leute.